Die Mutter von Tilikum und Tanika, die wurde jetzt auch eingefangen und vom Chef weggeholt, bevor sie auch noch einmal Welten kriegt, weil das ist eine Katastrophe dort. Und sie ist hübsch, sie schaut ihnen auch sehr ähnlich, sie hat ein bisschen dieses Spitzgesicht, eine ganz reizende, sehr, sehr nette Hündin, junge Hündin, noch kein Jahr alt und hofft natürlich auf ein Plätzchen, auf ein super Plätzchen. Gell, Schätzchen, ja, so eine Süße. Ich habe sie Tamina getauft, im Hinblick auf Mozart. Ist das eine kleine Tamina, eine kleine Zauberflöte? Ja, ja, sowas. Eine Zauberflöte ist das, ihr Mäuschen. Bild, hübsche Hündin. Sie ist schon sehr kräftig, sie wurde gut gefüttert dort von meinen Freunden, die den Hunden auf der Straße Futter bringen. Und, wie gesagt, sie ist ganz jung, sie hat wunderschöne Zähne und, ja, also 55 Zentimeter wird sie schon hoch sein und sicher 30 Kilo. Geil, Schätzi? Hast du gut gefressen, hä? Ja, ja, so fein. Geil, Schätzi? Vielen Dank.